Hey yo, Freunde und willkommen zurück zu heute wieder auf dem Lammersport Kanal. Heute mit dabei ist, äh, keine Ahnung, Jan. Nee, der andere Crackhead ist dabei. Äh, was passiert, wenn ich hier runter fliege? Weiß ich nicht, musst du ausprobieren. Also, probier's aus. Oh, Geld. Oh, ich verliere Geld. Ja, mein Geld. Hui! Ich bin nicht der Spandal... äh, der Spakulobianer-Roll. Nee, 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 nee. Wenn du nicht aufhörst, spring ich runter. Ready. Warte, 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 warte. Oh, wie viel Geld der verliert! Gönn dir deine Waffe. Drück R2 zum Schießen. oder hier warte gönnt ihr die ganzen gönnt die npcs ich will nicht der speckselorianer sein ja dann kannst du weg du kannst wenn du touchpad drückt entweder du kannst du kannst entweder touchpad drücken und dann auf den kopf gehen und ihr da eigen charakter aussuchen wenn du runter scrollst kannst du auch mehrere nehmen oder du drückst halt wenn du im game bist pfeil tasten nach rechts das ist keine rennen gut du hast meinen kleinen roboter hier gibt es nicht nur noch sehr geil du kannst nein in dem star wars spiel kannst du dir tatsächlich keine eigenen charakter erstellen aber gibt es diesen kleinen roboter nicht? welchen? einen ganz kleinen maustroide weiß ich nicht ob ich den hier gebe weil ich hab ja noch nicht alle charakter den gibt es save das wäre mein absoluter liebling ey ich würde den nur noch spielen ja keine ahnung das ist jodan weiblich ey guck dir den kochen guck warte warte gönn dir mal ich hab ok ich mach jetzt den disco modus noch auf der geht mir gerade auf die nerven gönn dir mal meinen blaster gönn dir hör dir den sound an kann ich kann ich noch so spezielle attacken machen? äh kombis ja viereck also du kannst mit viereck x also mit viereck musst du anfangen anzugreifen dann kannst du x im kreis drücken für andere angriffen warum kannst du mitboxen? hätte zu dodgehit zu dodgehit fürs game digger zu dodgehit ok du willst uns auf die harte tou ich habe verstanden du willst uns also auf die harte tou ich verstanden Ich habe verstanden, du willst es auf die harte Tour. Komm her, Junge! Ich bin Godzilla, Junge! Ich bin Luke Skywalker und bin ein Jedi, mein Vater Frosch. Ich bin Luke Skywalker und bin ein Jedi, mein Vater Frosch. So leicht gibt sich ein Jedi-Ritter nicht. Komm her, Junge! Ich mach dich kaputt! Komm her! Wer will denn gleich seinen Kopf verlieren, hä? Komm her, ich bin Fuß! Ich bin Fuß! Komm! Lass meinen Oberkörper in Ruhe, was ist mit dir? Ey! Hallo! Nein, mein Oberkörper! Das war, das ist unangenehm. Ah! So Leute, genug, genug, dumm gemacht. Wir machen heute die Story weiter mit dem Spektrum. Zumindest die 100% Story. Ein betörender Plan. Neues Spiel. Du musst X gedrückt halten, mein Freund. Ey! Was soll das denn? What the fuck? Fuck! Nein! Ja! Hallo! Scheiße! Hallo! Lass jetzt meinen Körper in Ruhe! Wo war ich eben? Guck mal, siehst du dieses Schiff da oben? Das ist mein Schiff! Das ist dein Schiff! Ja, ich bin jetzt böse. Äh, ah. Komm her, Junge. Ja, was willst du machen, hör, mit dem Baguette? Wieso redest du eigentlich nicht? Du weißt, weshalb ich hier bin. Der geht nur auf den Sock. Komm her, ich bin ein Perversling. Hör du mich? Ja, ja, schon. Guck mal, ich bin pervers. Ich habe einen. Wo habe ich die ganze Zeit gestummt? Ja, scheinbar. Nein, ich habe die ganze Zeit gestimmt. Auf Flamingficker und so, Kack. Oh, Gott. Hey, yo, what the fuck? Ja. Scheiße, ne? Ich will erstmal Steuerung kennenlernen, Digga. Und das mit dem C3P und das war cool. Daddy, no. Daddy, no. Hey, hey, wo hast du denn dein blaues Schwert? Ja, aber ich bin ein Sif-Lord. Oh Gott, jetzt ist der böse Anakin. Oh fuck, funktioniert das Game. Ganz weit, ja. Wie jedes andere Lego-Spiel auch. Also. Keine Ahnung, wie das andere funktioniert, Digga. Also, L2 ist wie in jedem Shooter zielen. Mit R2 kannst du entweder schießen oder dein Lichtschwert werfen, in dem Fall. Ja, ich will hier, guck mal. Ja, Kreis ist Mais. Äh, Kreis ist Mais, genau. Kreis ist Macht. Und wenn du Viereckes angreifen, wenn du einmal im Viereck gedrückt hast, kannst du mit X und Kreis Kombis machen. Die Zeit für meine Rückkehr ist gekommen. Hallo, ich bin Rot. Ich bin Redneck. Hallo. Ja, ich mach gerade Bizeps-Übung. Zieh nicht dein scheiß Wicht. Wie ist der Schmessgewicht? Okay, jetzt geht's mal nochmal. Achso. Hey, yo. Hey, yo. Komm her. Hey, yo. What's that bullshit, bro? Hey, yo. Hey, yo. Alter, what the fuck? Ah. Aha. So, jetzt ab kiten, Google. Jetzt kite ich dich. Wo ist dasuldig, Google. Hey, yo. Hey, yo. What's that bullshit, bro? Tch! Tempel run! Let's go! Tempel run! Let's go! Können wir mal eine München machen? Ja, wollte ich ja, aber du wolltest ja nicht. Du hast ja abgebrochen. Du hast ja auch. Ich dachte, du machst doch die Lungen. Also, dann fangen wir mal an. Wir müssen Missionen und Minikits sammeln, nächstes Video 100%. Ja, okay. Wir können aber auch gleich nachgucken, was die Missionen sind, was man dafür machen muss. Ich möchte nur anmerken, wir haben von der Zeit, wie wir gerade eigentlich machen wollten, haben wir 15 Minuten vergeudet. Das war nie wahr. Also, wir werden die Videos jetzt gucken, Leute, weil Nexus die ja nicht alle gesehen hat. Oh, hallo! Was kann ich heute für euch? Ich will ihn nicht sehen. Ich hab ihn nicht nur schon gesehen. Mach! Echt? Das hast du gesehen? Ja. Ja, aber es ist... Ich muss alleine gehen. Es ist doch... Hä? Ist bis Episode 4 schon alles draußen oder was? Alle Läfte und Hocktüren sind außer Betrieben, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Okay, warte, ich muss... Warte, ich guck grad mal eben nach, ja, was wir jetzt hier für Missionen brauchen. Also, mit Herausforderungen. Waffenfehlfunktion. Werde die Wache im Gefängnisblock los, wie ein wahrer Schurke. Deine Waffe nicht brauchen du sie wirst. Durchquere den ersten Stock, ohne entdeckt zu werden. Alles klar, ich werd mich da mal in einen Klon verwandeln. Verwandtest du dich auch, damit wir die Mission schaffen? Äh, wo sind die? Wo sind die? Bösewicht. Da kannst du nen Sturmtruppler auswählen. Ich will auf Brenntrupploch. So, ich hab'n Todes-Truppler. Ja, warte, ich werd' ich auch. Sorry. Wo ist der Todes-Kruppler? Auch bei bösewicht. Ja, aber... Nee, no shit, digger. Warte, Captain Imperium. Ah, ah, das Todes-Kruppler. Komm her, Zutti! Pew, 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 pew! Ich bin Rambo-Maggie! Ich bin... Boah! Äh, diese leuchtenden Pfeile, die du übrigens überall siehst, sind äh... Äh, die Leiter! Zorchern! Oh, guck mal, keine Handelabend. Wer ist'n dieser süße kleine Frau... Das ist unser Freund, der greift tatsächlich für uns an. Interessant. Es sollte detonieren, wenn wir es richtig treffen. Aufsetzen! Juhu! Und wir sind in diplomatischer Mission unterwegs! Warte! Wait, kommt man da irgendwie hoch? Guck mal, die greift was länger. Kannst du mal herkommen? Bitte? Ja. Du bist falsch. Da musst du rein. Hinter dir in den Gang. Ah, ich schaue grad auf dein Bildschirm! Hahaha! Das ist wie so ein Comedy-Sitcom! Alter! Äh, ja, warte. Bleib mal da bitte stehen. Hallo. Du hast jetzt eine Aufgabe, die ich dir jetzt geben werde. Aber ich muss mich da kurz verwandeln. Hallo. Warum Sif? Bist du ein Sif oder Dedi? Sif. Warum Sif? Warum? Damit du da hoch kannst. Aber kannst du auch mit dem Jedi? Hab ich auch mit dem Jedi gerade gefasst. Ja, beim Droiden, du Trollo. Ja, ich bin oben. Und? Ja, guck mal. Guck dich mal um auf der... Oh, du solltest dich umgucken auf der... Oh, du solltest dich umgucken auf der... Da ja, hast du nichts. Ich schwöre, da sind aber doch Pfeile. Ich kann dich gerne mal hochbocken, wenn du willst. Ja, ich vertraue dir da, wenn du das sagst. So, und jetzt wieder back to Call of Duty. Also legit, ich hab das nicht zu sehen. Vielleicht da die Kackern aus. Wann ich davon fassen? Keine Ahnung. Dein Schiffkupper ist gut. Eyo, wer ist denn das? Der ist der Jetkupler. Eyo. Also die Mission wird nicht entdeckt werden, können wir jetzt schon vergessen, weil wir schon Leute angeschossen haben. Die sind schon längst tot. Die sind schon längst tot. Da, muss ich zurück! Moin! Tyrann, ihr verpiss dich! IWIMS, Kamouflage! Schön, ich bin grad vor der Kamera. Das war's. Oh, die Kamera kann rotteln. Warte mal, hat das sogar ein full live, oder war? Ja. Das können alle. Ah, was ist denn das? Kado, einer der Ritter von Rem. Wui. Die Eindringlinge wurden gefunden. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Warte, nicht da rein, nicht da rein, bitte. Wir müssen noch wegen Minikids gucken. Wegen Fantine. Warte, lass doch mal da hochgehen. Hier, trotzdem hoch. Vielleicht, warte, ich wünsch dann mal oben zu nehmen. Die Zeit für meine Rückkehr ist gekommen. Wir müssen hier hochboxen. Ah, ich hab was gefunden. Watch me. Watch me. Oh. Du sollst da hoch, Junge. Hätte dich auch vorspielen können, ne? So ist nicht. Ach. So ist jetzt hier oben irgendwas. Was? Oh. Wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Hallo. Hä? Hallo. Gu蘭, die gibt's. Hätt durchflex die Mice. Hätt durchflex. Hätt durchflex. Wenn ich dich auch so hochboxieren, warte mal ein bisschen, ne, ne, bitte nicht. Weil wenn das eigentlich noch reicht, dann wäre ich das eigentlich auch noch gut hart. Ne, nicht schützt genau. Ja, an dir will ich es eigentlich nicht testen. Ne, das wird nicht funktionieren. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ne, du hast eine Begrenzung mit der Macht. Ne, du hast eine Begrenzung. Man kann auch bestimmt hier hinten hin. Wollte ich grad sagen. Oh. Was passiert, wenn ich, Reddy, was passiert, wenn ich runter drop her? Try it. Alles klar, Digga. Entschuldigung, dass ich was gesagt habe. Holy shit. Ich spiel jetzt den Charakter, der wird dir auch, der wird dir sehr gefallen. Denn mir und Jan gefällt er sehr gut. Danke. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Allein in dieser Dialog, wenn du ihn auswählst. Wenn du den hier auswählst. Bereit für neue Freunde. Roger, Roger. Mr. Bones. Oh, warte, warte, warte. Ich bin hier drin. Ach, was sagt. Komm her. Hm. Oh. Oh. Oh, oh. 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 der ist aber an der mission werdet die gefangenen los werdet die gefangenen wie ein echter schulke los waffe welche soll ich nehmen weiß ich nicht musst du entscheiden jetzt kann ich den wahren deutsch spielen das musst du rauskappen was habe ich denn hier wie schnell der flammer von sachen verlegen ja klar dass in gelben wald bei mir lektion bis hier wenn ich ja bei mir abhängig um die qualität gar nicht du ja schärfe krediger schärfe eben so warum ist dann war drin warum ist like a band das gefällt freddie das gefällt freddie sogar sehr ich bin durch da ist doch wieder nicht ich bin Luke Skywalker ich bin hier um euch zu retten So ein Challenge-Products. Kommen wir nicht raus. Eine fabelhafte Rettung. Los in den Müllschach-Flieger-Asten. Los rein damit ihr, du Haarsch-Flieger! Dann schlägst du ein. Ungekleidet, ungekleidet! BAM! Gib mir den Hausroboter! Der Hausroboter hat uns gerade gerettet. Geil. Wo steht der nur? Was ist jetzt los für heute? Dianoka. Imagine das I und O-Wert vorausstehen. Mami! 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 Ja! Mami! 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 mit die also nächstes ich würde nicht sagen dass wir das level abgeschlossen haben und einfach gar nichts außer ein mini-kit in einer mission geholt haben aber ja gut habe ich gesagt dass das einfach wird ja ja leute vielleicht habe ich vergessen aufzunehmen ja freddie 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 du hast all die sachen die wir gerade all die kacke übergebaut haben gerade nicht aufgenommen nicht alles freddie aber leute keine sorge what the fuck aber leute keine sorge wir haben ähm nicht viel gemacht wir haben nur ein bisschen noch ein paar level weiter gemacht du bist du noch irgendwie ich bin wo bin ich ähm freddie hausier mal kurz nochmal nein nicht so mein bildschirm was ist mit deinem bildschirm ich mach nochmal kurz weg und dann mach nochmal weiter mach mal weg und nochmal weiter jetzt zum hause hause und guck auf mein bildschirm ja die laser du kommst halt sowieso auf der anderen seite geil wie ich nicht vor mich aua ja da bist du ja wir müssen irgendwie an darfelder schiff schweren schaden und wir haben wirklich viel geholt wir haben in einem level die minikids geholt und äh und drei charakteren freigeschalten ne die charakteren habe ich schon ne die charakteren freigeschalten ne die charakteren habe ich schon ne die charakteren ich habe ne die charakteren achten auf weitere 3 die auf euch zu sehen halt weiter halt weiter oooooh ooooh 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 Da, da hat Vaders Schiff! Das übernehme ich selbst! Geh mir Deckung! Das übernehme ich selbst! Geh mir Deckung! Ey Digger! Was bin ich denn? Du kannst nicht mein Schiss! Du hast ein Schiff bekommen, was mich schießen kann! Du hast ein Schiff bekommen, was mich schießen kann! Du hast ein Schiff bekommen, was mich schießen kann! Du hast ein Schiff bekommen, was mich schießen kann! Du hast ein Schiff bekommen! Ja, dann musst du die ganze Arbeit machen! Ich bin gerade mit der Ration in Öffentlichkeit geschossen, solange die anderen noch funktioniert! Sie zieht Kommando! Wir müssen sie rücken! Und zwar! Und zwar! Und zwar! Was denn da ist Vaders? Hallo! Bildturm übernehme ich! Bildturm übernehme ich! Keine Ahnung! Ich suche gerade Daff Vader! Daff Vader? Da ist Feuer! Er kann irgendwie verbrennen! Wo zum Fisch? Wie soll man denn hier bitte schaden? Dann darf er hier das Schiff machen! Du hast nicht ewig Zeit, du! Du musst erstmal all die Dinger hier kaputt machen! Die du gerade kaputt gemacht hast! Da! Die Knie! Genau die! Die ist doch da an der Seite! Guck mal links bei dir! Oh! Das nächste! Oh! Endlich hab ich mich gekillt! Warum? Das ist nicht gerade allen Ernst daran vorbeigeflogen oder? Warte! Ich übernehme es! Leeroy! Geht nicht! Ich hab alles so gut! Guck mal! Ja! Ah! Da ist doch Vader! Jetzt! Das ist es! Die Hauptöffnung ist am Ende dieses Grabens! Warum? Ja! Digga! Wie soll ich denn jetzt hier an Daff Vader Schiff Schaden machen? Hallo! Superfrau! Ja! Wie soll ich denn da Schaden machen? Das geht ja gar nicht! Das geht ja gar nicht! Ja! 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 Ich verstehe diese Mission nicht! Ich hab da Vader Schiff nirgendwo gesehen! Was? Toller Schuss, Junge! Ein Millionentreffer! Vergiss nicht! Die Macht wird mit dir sein! Immer! Bracken! 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 irgendwo allmählich ja das geht nicht allen ernstes oder holy shit ich bin ein mikroschill die man durch die minikits bekommt das ist klasse oh mein gott ich bin eine rettungskapsel die rettungskapsel kann schießen was kann hier schießen zeitgleich aber da bin ich ich kann ihn nicht sehen ja ich hab's da tut doch hyperspeed oh fuck schau mich an ja versuchen wir mal zu fassen junge Ich bin der Rakete, der Rakuten guckt. Einfach der Raketenwerfer. Einfach Speed. Ich krieg ich, glaub mir. Dafür bin ich klein genug. Du bist so klein, man sieht sich einfach gar nicht. Ich bin gerade an dem Schiff zerstört. Ich fliege dir mal entgegen. Ach, da vorne bist du und so. Ah, wir sind aneinander vorbei. Warte, ich fliege mal ein bisschen weiter weg. Und jetzt, 180? Ach da! Freddy, bleib so wie du bist. Kollision. Freddy, bleib so wie du bist. Kollisionskosten. Und die Schüssel wird hier an? Ich bin viel zu hoch. Ja. Digga, wie bist du klein, Alter. Oh mein Gott. Diese Rettungskapsel sind geil. Wann können Rettungskapsel schießen, Digga? Es ist Star Wars. Ich bin viel zu hoch. Aber vor allem so einpräzifend Laser, ich weiß es, Digga. So ne scheiße Sniper. Ich will den, was ist das? Aber ja, das ist ein Smart Video. Und dann folgen, wenn ich mich alles gerne leiden. Und dann klick dir, wenn ich alles gerne leiden. Ich will die Nachrichten nicht zu erfassen. Und tschau. Leute! Warte, 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 warte.